Ziemlich cool dieses ganze AI Ding, oder? Was noch cool ist, ist das neue Modell von Stimulation. Wir bekommen die Pure. Was hat sich jetzt schon wieder verändert und warum ist genau die Pure Serie so interessant für die breite Masse da draußen? Und welchen großen Knackpunkt das Ganze auch für mich hatte? Wir gehen's durch. Was sich nicht verändert hat, ist natürlich das Made in Germany. Einer der wenigen Brands in diesem Sektor, die wirklich Made in Germany sind. Und was sich genau verändert hat, ist zum einen die Größe. Wir bekommen hier nämlich jetzt ein mittelgroßes Stück. Man könnte fast meinen, das Ganze erinnert an die Ultimate, halt nur in kleinerer Form, also die Prime Serie. Und wie immer gibt es diese zwei Modelle, die Pure One mit einem Anschluss und die Pure mit vier Anschlüssen. Verändert hat sich auch die Farbe der Bowl mal wieder. Wir bekommen hier ein schönes, mattes, helles Grün, fast schon Green Lantern mäßig, möchte man hier behaupten. Und was mich natürlich am meisten erfreut, ist das Lavendel, eine Art lila Flieder. Hier in Hochglanzoptik mit in der Reihe der verschiedenen typischen Stimulations, Bowls und Farben. Die können sich auf jeden Fall sehen lassen. Genauso wie die V2A Edelstahlelemente, die wir hier wieder verbaut haben. Die haben sich optisch aber fast gar nicht verändert. Neu ist wahrscheinlich auch das Schliffsystem von Stimulation. Wir bekommen jetzt hier sowohl, hält ziemlich gut fest, auf beiden Modellen einen Schliff. Außer bei der Pure 4 Schlauch Variante noch mit Gummi Adaptern, damit das Ganze auch festhält. Und von Haus aus kommen zwei Stück. Und dazu noch diese Stopfen für die anderen zwei Anschlüsse. Somit können von Haus aus direkt zwei Leute das Ganze genießen. Die Stopfen haben aber auch noch eine andere Funktion, da kommen wir aber gleich zu. Da wir gerade bei Funktionen sind, der Durchzug hat sich massiv verändert. Und zwar in die Leichtigkeit. Wir haben hier sowohl bei der 1 Schlauch Variante einen besonders leichten Durchzug, aber auch bei der 4 Schlauch Variante einen so guten Durchzug, wie wir den so bei einer 4 Schlauch Pfeife noch nie gesehen haben. Dafür ist er aber auch nicht mehr verstellbar. Das Ganze wurde mit einem neuen System ausgestattet. Denn hier drin befindet sich jetzt die Kugel, die sich frei bewegen kann und nur von dem Anschluss selbst gehalten wird. Durch einen kleinen Metalldraht. Das Ganze ist super simpel gelöst und funktioniert auch dementsprechend gut. Deswegen müssen die jetzt auch viel, viel besser halten, weil die Kugel ist ja da drin jetzt frei. Und wenn man jetzt beim Reinigen das Ganze den Kopf überhält, dass die dann nicht rausfallen. Deswegen sind die Anschlüsse nochmal extra speziell dafür angepasst worden, dass auch nichts rausfällt. Darüber hinaus ist natürlich Moon Gravity immer noch am Start. Deswegen auch dieser super leichte Durchzug, weil die Kugel schwebt förmlich beim Ziehen. Aber nicht nur das. Es können natürlich auch wieder mehrere Personen gleichzeitig ziehen und auspusten, ohne dass man den Schlauch zu halten muss, wie bei typischen 4 Schlauch Pfeifen. Der Diffusor hat sich auch ein bisschen verändert. Der ist von Haus aus jetzt der Standard Diffusor. Aber den kann man jetzt noch eine Stufe niedriger stellen. Den kann man sogar so niedrig stellen, dass das Tauchrohr den Boden der Bowl berührt. Was natürlich mit Diffusor sehr gut funktioniert, weil so bekommt man die maximale Diffusen. Diffusion und umgedreht, also in der Nicht-Diffusor-Variante, ist das Ganze schön laut, aber auf der untersten Stufe kann man nicht dran ziehen, weil eben das Tauchrohr den Boden der Bowl berührt. Was ich natürlich auch sehr nice finde, weil jetzt diesen ganz minimalen Abstand, den man jetzt hat bei der etwas höheren Einstellung, kann man so wirklich das Maximum an Geräuschkulisse da rausholen. Also das hat schon echt russischen Vibe. Bei der Pure One müsste man jetzt noch beachten, dass die Kugeln jetzt oben eingesetzt werden müssen in dem Blow-Off und das Ganze wird dann mit der Rauchsäule gehalten. Simpel und einfach bei beiden Modellen dann, um Kosten zu sparen und trotzdem auf die beliebtesten Stimulation-Systeme zurückgreifen zu können. Außerdem sieht das ziemlich cool aus, wenn die Kugeln hier so ein bisschen rumflattern, wenn man den Blow-Off dann betätigt. Dann gibt es natürlich auch noch das Plus-Upgrade. Ich mache das jetzt einmal anhand der Vierschlauch-Variante, der Pure. Wir bekommen nämlich sowohl den verstellbaren Blow-Off-Adapter ohne viel Schnickschnack, sowohl auch einen Molassefänger für den Teller-Rauchsäule mit Steckverbindung, damit das Ganze auch im Einzelhandel oder auch bei uns zu Hause super einfach in der Reinigung ist. Und man kann sie so, wie sie jetzt ist, super easy clean, ohne dass man Angst haben muss, dass irgendwelche Kugeln rausfliegen oder dass der Teller abfliegt oder so. Das soll ich auch echt nicht mehr vermissen. Bei der Variante gibt es natürlich beim Upgrade-Set auch nochmal zwei weitere Schliff-Adapter, damit auch sich vier Personen hier dran ergötzen können, so wie ich an diesem Ring. Bei der Pure One gibt es das natürlich nicht, zumindest nicht die Anschlüsse, weil es halt eine Einschlauchpfeife, aber wir bekommen ja natürlich dann auch Molassefänger und Schraubgewinde plus Blow-Off-Adapter. Und das Ganze kommt jetzt auch in schöneren Verpackungen, in so einem schönen Beutelchen. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu hell ist, aber dieses kleine Tool hier, das ist dafür gedacht, dass sich, falls das Gewinde doch etwas zu fest reingeschraubt worden ist, dass man hier mit diesem Gummi quasi so einfach wieder rausdrehen kann. Auch ein Tool, das ich echt wertgeschätzt habe die letzte Zeit. Ist das jetzt blöd, wenn ich sage, dass wir das schon länger testen durften? Ach, das darf ich doch sagen, oder? Beim Preis wird es jetzt natürlich interessant. Das Ganze ist nicht nur kleiner geworden, sondern auch günstiger. Und die One beispielsweise bekommen wir für 299 Euro, anstatt den typischen Ultimate 339, 399 Euro. Wo wirklich alles vereint ist, in Übergröße, im absoluten Maximum. Die Pure 4 Schlauchvariante liegt bei 339,90 Euro. Und damit bekommen wir günstigste Stimulation Mehrschlauchweife. Das Ganze natürlich mit der Crystal Bowl wird 359,90 Euro kosten, sowie auch bei der One mit Crystal Bowl 319,90 Euro. Da hier beim Upgrade-Set ein bisschen weniger dabei ist, weil ein Schlauchmodell, wird das 34,90 Euro kosten, wohingegen das bei der Mehrschlauchvariante 44,90 Euro kosten wird. Das ist aber wert, wenn man gerne mit vier Mann an diesem Gerät zieht. Oder auch Frauen. Oder auch divers. Und das Ganze ist auch ein Kilo weniger schwer, wie die Ultimate. Natürlich kleiner, heißt auch leichter. Obwohl ich hier gerade sehe, dass die One ein Ticken schwerer ist, als die Vierschlauchvariante. Um 0,3, also 300 Gramm. Aber hier ist doch viel mehr dran. Hätte ich jetzt meine Küchenwaage nicht geschrottet, würde ich das Ganze gerne für euch testen. Aber funktioniert das gerade nicht. Frag nicht, wie ich das hingekriegt habe. Nochmal als kleiner Vergleich, die Ultimate Vierschlauchvariante und jetzt hier die Pure liegen preislich von 449,80 Euro im Vergleich zu 384,90 Euro. Also das ist schon ein gewaltiger Preissprung. Es gibt natürlich wie immer die Möglichkeit, mit meinem Gutscheincode noch ein kostenloses Schlauchmundstück-Set dazu zu bekommen. Im Wert von 40 oder 60 Euro meine ich, den Warenkorb aktivieren. Ihr bekommt das gratis mit dazu und supportet sogar mich und meine Videos. Meiner Meinung nach preis-leistungstechnisch unschlagbar. Gerade aus dem Hause Stimulation. Gerade auch mit der Größe, die für mich wirklich meine Favorite-Modelle geworden sind. Besonders die Pure, die hat es mir echt angetan. Also diese Optik sieht auch einfach crazy aus. Schade nur, dass es diese Bowl nicht in Matt gibt. Stimulation, wir brauchen Lavender oder Lavendel in Matt. Ich bestehe da drauf. Das ist so eine geile Farbe. Generell wäre es nicht cool, Matte- und Hochglanz-Versionen von jeweils verschiedenen Farbmodellen zu bekommen. Ist dann wahrscheinlich wieder teuer in der Produktion. Und ich vermisse leider echt den verstellbaren Durchzug, da ich ja in letzter Zeit nur mit elektrischen Pfeifen am Hantieren bin. Und da der Durchzug wirklich sehr, sehr krass ist, würde ich gerne dasselbe Feeling hier wieder haben. Habe mich ein bisschen traurig gemacht. Aber ist halt keine Ultimate. Und dazu, dass die Rauchsäule genau so aussieht wie bei der Ultimate-Version. Also da hätte ich mir vielleicht irgendwie eine andere Optik gewünscht. Oder vielleicht noch was Markanteres. Aber das wird auch schon wieder ins Geld gehen. Und dann weiß ich nicht, ob der Preis so gehalten werden kann. Hätte ich es mir auf jeden Fall gewünscht. Genauso wie ein Teller, der noch flacher ist. Aber das sage ich schon seit Jahren. Aber man muss auch sagen, dass das Stimulations-Aushängeschild so eine leichte Rundung hier. Und die Teller sind wirklich sehr klein, sehr gut verarbeitet. Und kommen sogar mit extra Schutzschicht, die man vorher abmachen muss. Mit diesem satisfying Abzieh-Sound. Ein flacher Teller wäre schon cool, sag ehrlich. Und damit bin ich der Meinung, dass gerade dieses Modell der Verkaufsschlager für Stimulation sein wird im nächsten Jahr. Ich glaube, den Dezember kann man gar nicht dazu zählen. Gerade weil sie alles erfüllt, was die Community auch gefordert hat. Wie immer, gerade bei Stimulation bin ich auf eure Meinung und euer Feedback in den Kommentaren gespannt. Als kleines Weihnachtsgeschenk gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich habe auch zwei Tage nach Weihnachten Geburtstag. Dafür gerne ein Abo da lassen. Und damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.